heute kurzes kleines unboxing wie immer kurz klein richtig short funko pop marvel studios moon night 1051 und hier haben wir die kleine wackelkopffigur sieht ganz nett aus hört sich in meine ich weiß nicht wie viele ich schon habe auf jeden fall müsste ich jetzt schon echt verdammt viele haben vielleicht werde ich mal ich werde die irgendwann mal zusammenstellen und werde die auch mal posten ansonsten link ist unten drunter ich wünsche euch einen wunderschönen tag lasst mir gerne kommen oder ein abo da bis zum nächsten mal